... Bei den Bannerträgern fehlen noch zwei. Supi, seid ihr das? Nein, ihr seid ja Feiter. Noch zwei Bannerträger, ansonsten machen wir ohne. Letzter Einruf für zwei Bannerträger, machen wir das Tor ruhig zu. Bitte Tor schließen, Achtung für Anfang. Tor schließen. Berlitz, take care. Okay. Jetzt muss ich noch weg. Ist es auch schön, wenn Sie Fotos von hier machen? Seitlich ist auch immer ein guter Blick. Hier ist jemand schlau. Der weiß schon. Von der Seite gibt es auch gute Fotos. Möchte noch jemand umziehen? Nein? Wollen alle von vorne? Gut. Dann. Okay. Ich gehe noch schnell auf meine Position. Und dann sage ich, Fanfare ab, bitte. Auf Dritten Mellers, Königsloche, König. Und auf Dritten Mellers. Und auf Dritten Mellers. Hoch rein, fröhlich. Schön verteilen. Vanderträger, schön nebeneinander bleiben. Nicht zu schnell. So ist gut. Ihr habt Zeit. Lieber nebeneinander. Achtung, sortiert euch, dass ihr nebeneinander. Nicht Pärchen beide zusammenbleiben. Da sind die Pärchen nicht ganz zusammen. Achtung. Nicht erst am Ende. Pärchen nebeneinander stehen. Richtet euch bitte auf. Die Bogen schützen. Guckt zur Seite. Meilen bitte. Schaut auf euren Nebenwagen. Steht jemand neben euch. Lang. Schwerter links. Schwerter direkt nach oben. Senkrecht halten. Achtung fürs Marschieren. Achtung fürs Umdrehen. Folg. Links. Zwei. Drei. Vier. Drehen. Drehen. Zwei. Drei. Vier. Achtung. Auseinander. Im Rhythmus laufen bitte auch die Fälscher. Achtung. Zwei mal vier für drehen. Drehen. Zwei. Drei. Am Platz. Zwei. Und aufs Knie. Und aufs Knie. Und aufs Knie. Sehr gut. Erstes Zeichen. Achtung. Die Pferde kommen rein. Alias Fred. Pferde. Horses. Achtung für alle. Jetzt kommen die Pferde. Die reichen jetzt einen Kreis. Achtung. Jetzt müsst ihr gleich ankommen. Bisschen zügiger da vorwärts. Fünf. Fünf. Sechs. Sieben. Erster Knall. Jan. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Vier. Und drehen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Austrehen. Okay. Hat noch nicht geklappt. Stehen noch mal eben kurz auf. Bitte. Ich brauche noch mal 30 Sekunden zurück. Bitte. Alle in Laufrichtung. Ihr kriegt da für einen Sound von Jan. Aber 30 Sekunden Musik zurück. Bitte marschieren. Also es waren alle die Kämpfer. Für die Kämpfer, damit sie es hören. Bitte. Und marschieren. Es kommen immer noch die Horsen. Bitte konzentrieren. Weiter marschieren. Achtung. Und stehen. Und drehen. Aufziehen. Okay. Stopp noch mal hoch. Ich glaube, es haben nicht alle Kämpfer mitbekommen, die Änderung, die ich am Anfang angesagt habe. Noch mal zu mir gucken. Wir sind fast sauber. Hier bin ich am Dachtor. Wir haben gesagt, wir marschieren jetzt so lange und wir bleiben dann einfach nur stehen mit dem Schwert vor uns. Wir machen nicht mehr die Drehung zum Dachtor. Wir bleiben hier und drehen uns drei Viertel zurück. Okay? Nochmal 30 Sekunden, bitte. Bitte. Wir marschieren noch, bitte. Links. Links. Achtung. Ende kommt. Und stehen. Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und drehen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Banada. Das machen wir nochmal, damit wir uns an die Musik gewöhnen und dann kann Alexander sagen, was weiter passiert. Achtung, nochmal, selbe Stelle. Ihr kriegt das nicht da rein. Achtung. Nee, das muss ein bisschen früher sein, Fabrice. Das ist zu spät, weil so schnell kann keiner reagieren. Links. Achtung. Jetzt kommt. Eins. Stehen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und drehen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Noch nicht? Wartet aus. Wartet aus. Ihr hört das ja auch, da hört die Musik kurz auf und dann geht ihr aufs Knie. Ist ungefähr klar? Ja. Okay. Alexander, wir machen wir weiter. Hast du was? Kein Mikro, willst du meins? Hier. So, super, Kollegen. Bleibt gleich, wo ihr seid. Wir machen direkt weiter mit dem Auftritt von Seyfried. Und wenn wir die richtige Musik dazu haben, schauen wir mal, was passiert. Ist ja schon wieder eine Woche her, dass wir es gemacht haben. We're going further. Johannes, hast du den Text? Sir, I have to... So, Achtung, wir haben Johannes am Ende der Parade. Und genau da setzen wir jetzt ein. Achtung, wenn der Ton soweit ist und Johannes soweit ist, dann Action. Alle aufstehen und gucken. Johannes. Seid mir willkommen, edle Ritter und tapfere Kämpfer des Reiches. Glücklich bin ich euch hier zu sehen. Stopp, 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 stopp. Das war genau. Geht nochmal zurück auf die Position. First we have the speech of Melbaas, then we have the entrance. Also noch einmal bitte die Ansprache von Melbaas und dann kommt erst der Seyfried. Achtung für die Ansprache von Melbaas und dann kommt erst der Seyfried. Achtung für die Ansprache von Melbaas und dann kommt erst der Seyfried.